Powerpage Lichtwerbung und Werbetechnik zu finden in Damsweg und Salzburg. Ja, wir sind seit 2009, gibt es unseren Betrieb, wir bieten Dienstleistungen in der Werbetechnik, in der Lichtwerbung, Textilstick, Textildruck und Werbeartikel. Unser Vorteil ist auch das, wir machen das alles bei unserem Standort. Das heißt, das Produkt wird in Damsweg bedruckt, veredelt und so weiter. Kürzere Wege ist natürlich umweltfreundlich, gerade hierzu aktuelles Thema und spart natürlich auch viel Zeit und Ressourcen. Ja, gerade in der Werbetechnik ist aktuell das ganze Umrüsten auf LED-Technik, Kostenersparnis, Energieeffizienz arbeiten. Und was momentan ganz im Thema ist im Interieurbereich, das ist das Moos. Man sieht, man kann klassische Sachen machen von Logos über Klobeklebungen, über Logos. Man sieht es auch da ein wenig. Also das ist aktuell ein Trend und da gibt es keine Grenzen, wie man das nicht machen kann. Man sieht, man kann klassische Sachen machen, wie man das nicht machen kann.